Guten Tag, einen schönen guten Tag. Schön, dass ihr da seid und heute gibt es ein neues Video und zuerst, ich wollte euch allen grüßen, alle Schüler, Physikistikasse, Lehrer und Lehrerinnen, Frau Direktorin und alle Kinder und ja, Mohamed Salim auch, ich grüße ihn, weil, wow, ich schreibe ihn mal, ich schreibe es in den Kommentaren bei unserem Kanal und das ist sehr super und bitte, ich bitte euch allen, wer will, kann uns abonnieren und die Blog aktivieren und mehr Videos nicht verpassen. Aber, Entschuldigung, wenn Deutsch nicht so gut ist, aber wird man es schaffen und ja, wir sind dran, macht nichts, ja, das ist Deutsch, wie sagt, wie sagt immer, willkommen in Österreich, ja, in Österreich muss man Deutsch sprechen, ja, damit müssen wir ein bisschen so versuchen, Deutsch zu sprechen, Obwohl nicht so gut ist, aber es macht nichts, ich schäme mich nicht, weil, ja, ich bin stolz, so weniger Deutsch zu sprechen, vielleicht, wenn man versteht, was ich meine oder nicht, bitte in den Kommentaren schreiben, das wäre super, ja, es ist kein Problem.